Hallöchen ihr Lieben zu einer kleinen Runde in Boogeyman. Ein Spiel, das ihr mir schon richtig häufig empfohlen habt. Und als es mir jetzt nochmal per Twitter empfohlen wurde, da dachte ich mir, na gut, dann schauen wir es uns halt mal an. Ich habe es sowieso schon in meiner Steam-Bibliothek gehabt, also von daher muss ich es auch gar nicht extra kaufen. So, wir gucken uns mal an, was wir hier machen müssen. Ich kann halt nicht versprechen, dass es ein längeres Let's Play wird, weil ich einfach mal reinschnuppern will. Genau. Was haben wir denn? Mouse Controls Flashlight, Action Button. Squint? Squint? Was ist squint? Zoom. Wow. Wow. Okay. Was gibt es noch? Cherry Bomb, Glow Sticks, Coffee? Okay, momentan ist da nichts drauf, aber egal. This Game... Achso, verlässt sie sehr stark auf Sound. Okay, ich höre genug. Türen. Okay, Action Button drücken, um Türen zu öffnen. Sei vorsichtig. Aber hinter den Türen könnte nämlich jemand lauern. Also, schnell wieder zumachen die Tür, indem du den Action Button loslässt, wenn du irgendwelche Anzeichen von Gefahr siehst. Ich will keine Angst haben. Okay, los geht's. Ah, funktioniert ja gut. Wahrscheinlich ist es die Tür, oder? Kann ich hier nicht rennen? Ich glaube nicht, ne? Ne, rennen gibt's nicht. Ey, ähm... Äh... Äh? Okay. Was steht denn da? Welcome. Ach, Entschuldigung, ich hab eh gedrückt. Ja, da ist ein Hai. Okay, also geh ich hier hin. Ich hab mich so erschrocken. Oh, mein Herzchen. Aber die Tür geht hier nicht auf. Dann muss ich ja da. Aber der Hai, der attackiert mich doch. If you see any signs... Okay. Ah! Ah, verstehe. Der Hai ist gefährlich. Der Panda wahrscheinlich nicht. Ah, Panda, ich liebe dich. Okay, verstehe. Oh Gott, sind das doch viele Texte. Okay, also. Ein paar schnelle Tipps. Ah, der Boogeyman kennt viele Wege, in dein Zimmer zu gelangen. Höre auf einzigartige Geräusche. Okay, damit du weißt, aus welcher Richtung er kommt. Deine Lampe ist deine einzige Waffe. Schau unter dem Bett nach, um Batterien zu bekommen, wenn der Akku langsam alle geht. Höre auf das Atmen, bevor du unter das Bett schaust, denn er könnte dort unten auf dich lauern. Ablenkungen und das Wetter könnten es schwierig machen, ihn zu hören. Deswegen auf jeden Fall... Ach ja, Headphones, ich weiß. So, Batteries. Und das Battery Meter, also es gibt scheinbar so eine Säule, die uns das dann anzeigen wird. Ach, da unten. Okay, voll, mittel, leer. Alles klar. Ah, okay. Holding down the Action Button. Dann suchen wir unter dem Bett. Alles klar. Dabei wirst du die Batterien einsammeln. Aha. Wenn du wieder loslässt, brauchst du noch ein paar Sekunden, um wieder aufs Bett zu klettern. Sei vorsichtig. Okay. So, Haustipps. So, Lichter anzumachen, wird dafür sorgen, dass das Zimmer sicher ist. Vielleicht. Vielleicht solltest du trotzdem sicher gehen, dass du kein Atmen hörst, wenn du unter dem... Nennt man das Wend, da wo das... Die Luftschächte, genau. Dass du da kein Atmen hörst. Versuch doch, Gegenstände im Haus zu finden, die dir helfen, wenn du zurück in dein Zimmer bist. Geheime Kassetten wurden im Haus versteckt. Diese sind einzigartig in jeder Nacht. Benutze sie am Kassettenspieler im Wohnzimmer. Erinnere dich daran, wo die Lichtschalter sind. Denn die Dunkelheit ist nicht dein Freund. Action Button on the glowing frogs. Also die leuchtenden Frösche, da sollen wir den Action Button drücken. Hä? Ach, um das anzumachen oder aus. Wir lassen alles, wie es ist. Okay. Enter, wenn wir irgendwie die Kassette überspringen wollen. Und wir können jederzeit ins Tutorial zurückkehren. Das ist nett. Das ist nett. Oh, ja, 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 ja. Okay. Oh Gott. Ah, okay. Ach, das ist das Menü. Wie cool ist das denn gemacht? Aber das ist wahrscheinlich auch das Zimmer, ne? Nightmare Edition 3.2. Okay. Ja, ich glaube, das wurde ziemlich häufig... Ah, wir müssen quasi eine Woche bis Halloween durchhalten. Thomas To... 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 Toys. Oh, ich... Oh, ich schwebe drüber. Aber bin ich toll, oder was? Okay, also momentan geht... Meine Lampe geht nicht. Nee, nicht quitten. Oh. Was ist hier? Da, New Game. Continue Nightmare Night. Nee, sowas von nicht. Und da ist das Tutorial. Alles klar. Dann mal ins New Game. Ich freue mich. Oh Mann. Diese Spiele machen mich alle fertig. Wie bewege ich mich denn? Sieh! How about her? If you're listening to this, I sure hope you're not planning on sleeping in this room. I'm Alicia, and if you've unfortunately only stumbled across this tape during the dark, it's probably watching you right now. I left a flashlight under the bed if you've not already found it. It's the only thing they're scared of. I've tried telling people The bogeyman He got my sister No one will believe me They won't believe you either Trust me You'll need to learn to fight this By yourself There are some spare batteries hidden under the floorboard Under the bed They're kind of mixed up If you can last long enough It'll leave you alone Like it did me Eventually I hope Gott, ich hab Angst Das ist ja schrecklich Und wieso kann ich mich jetzt plötzlich doch nicht bewegen Ich dachte man müsste sich hier bewegen Wieso geht meine Lampe schon nicht mehr an Oh Aber ich verstehe es immer noch nicht. Ich dachte, ich könnte... Siehst du, ich könnte durchs Haus laufen. Ich drücke immer den... Verdammt, habe ich das eingesammelt oder nicht? Ist das gut oder ist das schlecht? Und ich dachte, ich müsste Türen zumachen. Aber ich kann mich kein Stück bewegen. Ich mag das Spiel nicht. Und von wo... Tut mir leid, dass ich so still bin, aber... Ich versuche zu lauschen. Ist das da unsere Batterienanzeige? Wenn ja, sieht es ja eigentlich ganz gut aus, ne? Ey, diesen Affen finde ich auch richtig blöd. Ihhh! Ihhh! Oh! 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 Okay. Man muss wirklich sehr gut lauschen. Ich hasse ihn! Okay, Rö... Okay, alles gut. Ich glaube, wir haben fast volle Batterie. Also im Grunde ist alles super toll. Okay. Oh Gott. Bis wann müssen wir immer durchhalten? Ja? Ich habe das Gefühl, hier wird es immer dunkler. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Kommt es nicht mehr? Ah! Okay, aber wo war es denn gewesen? Ich habe doch überall hingeleuchtet. Okay. Den habe ich eben wirklich nicht gehört. Nacht 1. Na gut, dann versuchen wir es halt nochmal. Aber das war seltsam. Das war seltsam. I sure hope you're not planning on sleeping in this room. I'm Alicia, and if you've unfortunately only stumbled across this tape during the dark, it's probably watching you right now. I left a flashlight under the bed if you've not already found it. It's the only thing they're scared of. I've tried telling people. The bogeyman. Eagle, my sister. No one will believe me. They won't believe you either. Trust me. You'll need to learn to fight this by yourself. There are some spare batteries hidden under the floorboard, under the bed. They're kind of mixed up, sorry. If you can last long enough, it'd leave you alone. Like it did me. Eventually. I hope. Okay, ich wollte jetzt doch nochmal mir das anhören, ob es da irgendwelche Tipps gab. Aber ich habe jetzt nichts gehört, was irgendwie anders wäre, als das, was wir bereits wussten. Vielleicht muss ich auch einfach länger das Licht Richtung des Viechs dann halten. Okay. Da haben wir es ja jetzt quasi einmal. Hier. Ah! Vielleicht hatten wir auch schon gar keine Chance mehr, weil das Ding da oben geöffnet war. Wisst ihr? So von wegen, ey, du hast es vermasselt. Ich höre das. Ich höre einen Frosch. Oha. Die Batterie. Die Batterie. Die Batterie. Die Batterie. Die Batterie. Ich habe Angst. Oh Gott. Nein. Ich brauche Batterie. Oh. Oh. Schnell. Noch eine Batterie. Noch eine. Okay. Jetzt erstmal ein bisschen hinhören. Ich glaube, die Batterie läuft auch, wenn man das nicht benutzt. Kann das sein? Oh, du bist so blöd. Ich hasse dich. Boogieman ist scheiße. Hä? Man muss wirklich mega hinhören. Das ist ein ziemlich stilles Spiel von mir. Es geht nicht anders. Da! Hab ich dich doch gehört. Hab ich dich doch gehört. Das ist fies mit diesem Affen. Der lenkt nämlich voll ab und dann hört man das schlechter. Oh, weg, weg! Ich hoffe, der kann nicht sofort unterm Bett sein. Dann hätten wir nämlich ein Problem. Okay. Noch sieht alles ganz gut aus. Fünf Uhr. Oh Gott. Dieses Spiel ist nervenaufreibend. Okay, alles gut bisher. Da ist nichts. Da auch nicht. Okay. Wir holen nochmal schnell eine. Oh, das war das Flugzeug. Das war fies. Das hat mich total abgelenkt. Oh, dieses Spiel ist ja die Hölle. Jetzt verstehe ich. Ihr wolltet mich leiden sehen. Das ist ja sehr lustig. Aber es ist schon cool gemacht. Aber ich verstehe nicht... Ah, Moment. Thomas Room. Und jetzt kann ich rumlaufen oder wie? Haustipps. Finde das... Was? Finde die pinke Lampe und kehre auf dein Zimmer zurück, um mit der Nacht weiterzumachen. Finde nützliche Gegenstände, die dir helfen. Geh niemals in den Keller, außer du musst. Okay, die Lichter anzumachen, wird das Zimmer sicherer werden lassen. Das geht nicht auf. Okay, also dieses Licht ist ja an. Und wo beginnt denn der... Wo beginnt denn der Keller? Das ist so dunkel hier. Hier ist auch schon Licht. Okay. Das geht auch nicht auf. Hier ist nur eine Pflanze und ein Mantel. Und... Ach, die gehen doch auf. Okay. Hier haben wir einen Kassettenspieler. Da ist ein Zettel. Den kann ich aber nicht nehmen scheinbar. Speedy Move. Das muss ich doch nehmen können. Das scheint doch ein Tipp zu sein. Irgendwie drücke ich irgendwas falsch, glaube ich. Das war doch Rechtsklick, oder? Damit mache ich doch auch die Türen auf. Ups! Okay, hier ist noch... Oh, das ist so dunkel da hinten. Ich glaube, da will ich nicht hin. Ich glaube, da gehe ich nicht hin. Und es ist mir zu dunkel. Nö. Die Ecke mag ich nicht. Geht die hier dann doch auch auf? Was ist das? Hier haben wir auf jeden Fall irgendwas gefunden. Ich glaube, dann gehe ich mal wieder hoch. So. Welche Tür ging noch auf? Ich glaube, die hier. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Da ist noch mal was. Ein Apfel? Der Hai. Aber was soll ein Apfel bringen? Hi! Nee, die ist wirklich abgeschlossen. Und die auch. Oh! Wieso sind diese Geräusche? Oh Gott, und jetzt fängt wieder eine Nacht an? Nee. Ich brauche erst mal eine Pause. Aber ich glaube, ich spiele noch mal eine Nacht, weil ich es doch ganz interessant finde. Muss ich zugeben. Aber ich brauche eine Pause. Okay. Vielen Dank auf jeden Fall für diesen Tipp. Es ist doch ziemlich geil. Geiler als gedacht. Aber... Wow! Okay. Nee. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann bis dann. Ciao, ciao. Ciao! Ciao!